Hi, ich bin hier in Frankfurt! Und nicht irgendwo in Frankfurt, sondern in Sachsenhausen. Ja, hier war Sachsen und Hausen. Ich wusste nicht, dass der so gut ankommt, aber danke. Heute war Premiere gewesen im Café Le Petit in Frankfurt, Sachsenhausen. War mega schön. Frankfurt, ich zeig euch, was ich komme. Frankfurt, wie hat es euch gefallen? Immer der letzte Vorausstag eines Monats, Enkau von Sachsenhausen. Bitte ne! Ja!